Leute, die Sinnlosigkeit in Anführungszeichen der legendären Token, mit denen können wir tatsächlich bis jetzt immer nur Recolor Skins aus dem Store kaufen, bestimmte natürlich nur und nicht aus irgendwelchen Events, das ist klar. Die Sinnlosigkeit deswegen in Anführungszeichen der legendären Token soll bald ein Ende haben, denn es gibt eine Überarbeitung des Battle Passes, die demnächst kommen soll, wo wir, und ich blende schon mal die Leaks aus den Quellcodes ein, es soll in Zukunft möglich sein, mit legendären Token Battle Pass Stufen freizuschalten. Aktuell ist nicht klar, wie viele legendäre Token dafür gebraucht werden, Moment, ein Aufruf an euch in den Kommentaren, wie viele sinnlose legendäre Token haben sich mittlerweile bei euch angesammelt, Bei mir sind es tatsächlich schon 633.000, deswegen sage ich bewusst, ziemlich nutzlose legendäre Token, wenn man schon in einem hohen sechsstelligen Bereich der legendären Token ist, Moment, falsche Szene, dann merkt man, dass irgendwo eine gewisse Sinnlosigkeit der legendären Token tatsächlich da ist. Und wie gesagt, so soll es so sein, dass wir in Zukunft Battle Pass Stufen kaufen können. Aktuell ist nicht hundertprozentig klar, wie viele Stufen, aber wir können laut diesem Game File davon ausgehen, dass wir am Anfang einer Season maximal 10 Stufen kaufen können und am Ende der Season maximal 10 Stufen. Also geht bitte nicht davon aus, dass wir natürlich komplett den Battle Pass 110 Stufen durchpayen können, das wird nicht funktionieren, da bin ich mir relativ sicher, was dann auch das Grinden irgendwie nicht so interessant macht für alle Leute, wenn man direkt durchpayt, das wäre dann doch schon etwas langweilig. Ob das System so bleibt laut den Game Files am Anfang und am Ende jeweils 10 Stufen bleibt abzuwarten, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich hatte jetzt schon die ein oder andere Season, wo es bei mir recht knapp war mit dem Battle Pass, einfach weil ich weniger Apex gezockt habe und es dadurch mir nicht so einfach war, den Battle Pass noch irgendwie voll zu leveln. Leute, ich bin auf eure Kommentare wie immer gespannt und wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!